Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 3. Februar. Reaktionen aus der Region auf Polizistenmord, wie geht es mit dem Alex am Gutenbergplatz weiter und Hessen kippt 2G-Regel. Das und mehr heute für Sie im Podcast. Die tödlichen Schüsse auf zwei Polizisten im Landkreis Kusel sind noch immer unbegreiflich. Vor dem Eingang zum Mainzer Altstadtrevier stehen Kerzen. Vor der Dienststelle in Oppenheim das gleiche Bild. Die tödlichen Schüsse auf eine 24-jährige Polizeikommissaranwärterin und einen 29-jährigen Polizeioberkommissar am Rande einer routinemäßigen Verkehrskontrolle in der Pfalz von diesem Montag Hallnach. Die Details der entsetzlichen Tat sind unbegreiflich, verstörend und belastend. Sie hinterlassen Spuren. Sprecher der Mainzer Polizei Rinaldo Roberto findet deutliche Worte. In einem Facebook-Post schreibt er. Den Menschen zu helfen, zu schützen, aber auch von Bösem abzuhalten. Das war oft anstrengend, kritisch und unvorhersehbar. Es war auch gefährlich. Wir wurden beleidigt, angespuckt, angegriffen, verletzt. Mit Fäusten, Autos und Klingen. Aber niemals hat jemand auf mich, auf uns geschossen. Dieser Mord trifft so hart, dass ich noch keine Idee habe, wie ich damit umgehen soll und kann. Ähnlich geht es auch anderen Kollegen. Die Tat hinterlässt Spuren bei den Polizisten in der Region. Von diesem traurigen Fall kommen wir nun zu einem Punkt, der viele Mainzer ärgert. Weil der Rhein-Main-Verkehrsverbund, RMV, die Fahrpreise erneut erhebt, werden Tickets für Bus und Bahn auch in Mainz ab Sommer teurer. Weitere Erhöhungen sind bereits geplant. Die beschlossene Fahrpreiserhöhung um durchschnittlich 3,9% zum 1. Juli stößt in Mainz auf harsche Kritik. Statt 2,90 Euro kostet die Einzelfahrkarte ab Juli 3,20 Euro. Teurer werden auch die meisten Zeitfahrkarten und Wochen- und Monatskarten. Auch für Schüler und Azubis wird es teurer. Verkehrsdezernentin Janina Steinkröger spricht von einem völlig falschen Signal in einer Zeit, in der es darum gehen muss, nach dem erhofften Abklingen der Corona-Pandemie Fahrgäste wieder zurückzuholen und neue zu gewinnen. Nun aber zu einem anderen Mainzer Verkehrsproblem. Die Corona-Pandemie hat den Trend noch verstärkt. Immer mehr Menschen kaufen nicht in den Geschäften, sondern im Internet ein und lassen sich ihre Kleidung und Elektronik bequem mit den zahlreichen Lieferdiensten nach Hause schicken. Für die Stadt ergeben sich daraus Probleme in gleich mehrfacher Hinsicht, wie Wikilever vom Verkehrs- und Mobilitätsmanagement im Klimaschutzberat erklärt. Denn um die Päckchen von A nach B zu bringen, müssen viele Transportwagen durch die Stadt rollen. Gerade am späten Vormittag schiebt sich manchmal ein Paketdienst nach dem nächsten durch die Straßen der Innenstadt. Damit einhergehend wird es für Fußgänger und Radfahrer deutlich gefährlicher. Unerwünschte Begleiterscheinungen gibt es auch in Form von Staus und vermehrtem Ausstoß von Schadstoffen. Nun stellte die Stadt ein arbeitetes Logistikkonzept vor. Das Ziel ist es, die durch den städtischen Lieferverkehr verursachten Emissionen zu reduzieren und den Verkehrsfluss zu verbessern. Viele Mainzer werden das Alex am Gutenbergplatz kennen. Am Samstag schließt das Lokal. Aber, und hier kommt die gute Nachricht, nicht für immer. Wie die Betreiber mitteilen, soll es ab April an gleicher Stelle weitergehen. Laut der Betreibergesellschaft von 39 deutschen Alex Gastronomien in Wiesbaden, wird in dem Mainzer Lokal ein Pilotprojekt an den Start gehen. Dafür investiert die Gesellschaft etwa 600.000 Euro. Seit dem Jahr 2000 ist das Alex am Gutenbergplatz beheimatet. 2013 habe es den letzten Umbau gegeben. Jetzt stehen erneut aufwendige Neuerungen an, so die Gesellschaft. Einen gänzlich neuen Look soll das Lokal erhalten, mit Urban Living als neuem Leitthema für die sehr umfangreiche Konzeptumstellung solle das Alex in einem komplett neuen Kleid präsentiert werden. Zum Abschluss noch eine Corona-Meldung von unseren Nachbarn. Ab Anfang kommender Woche sollen in Hessen neue Corona-Regeln gelten, kündigt Ministerpräsident Volker Bouffier am Mittwoch im Landtag an. Zum einen werde die 2G-Zutrittsbeschränkung für den Einzelhandel komplett aufgehoben. Es mache keinen Sinn mehr, zwischen Geschäften des Grundbedarfs und den übrigen Einzelhändlern zu unterscheiden, erklärt Bouffier. Es soll dann aber eine Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske im gesamten Einzelhandel geben. Auch für Veranstaltungen sollen neue Teilnehmerbegrenzungen gelten. Bouffier mahnt aber auch, die Pandemie ist nicht rum. Bei falscher Entwicklung muss das Schutzniveau wieder erhöht werden. Nun noch kurz zu den Corona-Zahlen. Die Zahl der binnen eines Tages ans Robert-Koch-Institut übermittelten Corona-Neuinfektionen ist erneut auf einen Höchststand gestiegen. Die Gesundheitsämter meldeten nach RKI-Angaben von Donnerstagmorgen 206 und 30.120 Fälle in 24 Stunden. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz gab das RKI mit 1.283 an, das ist ebenfalls ein Höchststand. Zum Vergleich, am Vortag hatte der Wert bei 1.227 gelegen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeinem-zeitung.de Das war die heutige Ausgabe von Gude Rheinhessen, unserem täglichen News-Update mit den wichtigsten Informationen und Nachrichten für Mainz und Rheinhessen. Hört euch aber auch gerne mal unseren Bubblebox-Podcast an. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vrm-abo.de slash podcast.